Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 1229 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Durch das Laufen habe ich schon einige Kilo abgenommen und kann besser atmen. Durch das Laufen habe ich schon einige Kilo abgenommen und kann besser atmen. Meine Kollegin braucht wirklich eine Pause. Sie ist völlig erschöpft. Meine Kollegin braucht wirklich eine Pause. Sie ist völlig erschöpft. Meine Kollegin braucht wirklich eine Pause. Sie ist völlig erschöpft. Die Kreissäge liegt in der Garage bei den anderen Werkzeugen. Die Kreissäge liegt in der Garage bei den anderen Werkzeugen. Die Kreissäge liegt in der Garage bei den anderen Werkzeugen. Ich bin absolut zuversichtlich, dass wir das gemeinsam schaffen werden. Ich bin absolut zuversichtlich, dass wir das gemeinsam schaffen werden. Anna hat geantwortet, sie bringt ihren neuen Freund mit zu uns nach Hause. Anna hat geantwortet, sie bringt ihren neuen Freund mit zu uns nach Hause. Wir sind schon früh am Morgen zu unserer Bergwanderung aufgebrochen. Wir sind schon früh am Morgen zu unserer Bergwanderung aufgebrochen. Ich habe Mohnblumen gepflückt. Sie schmücken mein Hochzeitskleid. Sie schmücken mein Hochzeitskleid. Ich habe Mohnblumen gepflückt. Sie schmücken mein Hochzeitskleid. Es hat an der Tür geklingelt. Ich schaue durch den Türspion. Es hat an der Tür geklingelt. Ich schaue durch den Türspion. Es hat an der Tür geklingelt. Ich schaue durch den Türspion. Es ist extrem wichtig, beim Sport immer genug Wasser zu trinken. Es ist extrem wichtig, beim Sport immer genug Wasser zu trinken. Es ist extrem wichtig, beim Sport immer genug Wasser zu trinken. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Du bist so erfolgreich in deinem Job. Deshalb bekommst du einen Firmenwagen. Du bist so erfolgreich in deinem Job. Deshalb bekommst du einen Firmenwagen. Findest du meine Krawatte zu auffällig? Ich mag die Farbe. Findest du meine Krawatte zu auffällig? Ich mag die Farbe. Findest du meine Krawatte zu auffällig? Ich mag die Farbe. Findest du meine Krawatte zu auffällig? Ich mag die Farbe. Wenn ich an meine Arbeit denke, fängt meine Migräne wieder an. Wenn ich an meine Arbeit denke, fängt meine Migräne wieder an. die Parkzeit ist abgelaufen. Ich kann da nichts machen. Ich kann da nichts machen. Ich kann da nichts machen. Es kostet 30 Euro. Musik ist mein Leben. Ich singe schon seit vielen Jahren. Musik ist mein Leben. Ich singe schon seit vielen Jahren. Musik ist mein Leben. Musik ist mein Leben. Ich singe schon seit vielen Jahren. Die Zusammenarbeit hat gut funktioniert. Wir haben unser Ziel erreicht. Die Zusammenarbeit hat gut funktioniert. Wir haben unser Ziel erreicht. Die Zahnpflege ist sehr wichtig und sollte mehrmals am Tag durchgeführt werden. Die Zahnpflege ist sehr wichtig und sollte mehrmals am Tag durchgeführt werden. Ich bin die Gründerin dieser Firma. Mit 18 Jahren habe ich mein eigenes Unternehmen gegründet. Ich bin die Gründerin dieser Firma. Mit 18 Jahren habe ich mein eigenes Unternehmen gegründet. Ich bin die Gründerin dieser Firma. Mit 18 Jahren habe ich mein eigenes Unternehmen gegründet. Auch die Reinigung geht nicht von allein. Ich schätze, ich muss die Wohnung selbst putzen. Auch die Reinigung geht nicht von allein. Ich schätze, ich muss die Wohnung selbst putzen. Unsere Partnerschaft könnte nicht besser sein. Wir mögen die gleichen Dinge und sind uns meistens einig. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. und gib uns bitte ein Like. Ich bin die dritte. Und dann realiziere ich die Konsequenze. Ich bin die Hörer Säge. Ich bin die Hörer Säge. Vielen Dank.